Und hier haben wir wieder einen Skorpion. Hallo! Ja, so. Einmal noch. Au, au, au. Nicht Kuh, Junge. Gar nicht Kuh. Falsche Waffe. Hammer, bitte. Boom! So. Drauf. Nochmal. Ah, shit. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ja, das war gut. Aufs Maul. Und her mit dir. Ja, da kommen wieder ein paar kleine Mistzecken. Nicht an ihm hauen. So. So, kommt sonst noch irgendwer? Na, die schwarze Wand ist immerhin noch da. Na, komm. Makelloser Sieg. Perfekt. Na dann, weg damit. Wir holen uns noch ein paar HP. Oh, da hinten sehe ich Erfahrungspunkte. Die nehmen wir natürlich noch mit. Hey, 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 hey. Wo kommst du denn her? Hmm. Muss ich dich wohl auch noch platt machen. Ei, 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 ei. Na, das war ja meilenweit von mir entfernt. Au, 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 au. So, der Arm ist ab. Ich glaube, da müssen wir noch mal. Na, gib mir mal so eine mit. Na, komm schon. Hä, nochmal. Du hältst ganz schön was aus. So, jetzt da war. Ja, da kommt schon wieder Besuch. So, weg, weg, weg. Noch mehr. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Ah, die schwarze Wand ist noch immer da. Ja, da kommt noch einer. So, weg, weg. Sonst noch jemand da? Ja, hier. Ah, weg. Ah, komm. Also kommen hier gerade wieder unendlich viele und ich check's einfach nicht. Aber ich kann hier auch sonst... Nicht wo weiter, glaube ich. Ach, machen wir ihn mal weg. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Ja, ich bin ein Hubschrauber. Ja, wir sind nahe. Äh, das geht sich aus. Ja, probieren, gehen wir überstudieren. Ja, das geht sich aus. Marlo, Marlo, do you copy? I'm here. You're fine long? No. I'm not sure where we could have gone. Wait. Marlo. Hey. Can you hear me? Cam, do you copy? Hello? Mm-mm. Something feels wrong about this. Ah, Chuchu, Chuchu. Take your time and try again. Ja, ich sollte mir echt ein bisschen mehr Zeit lassen. Marlo, Marlo, do you copy? I'm here. You're fine long? No. I'm not sure where we could have gone. Wait. Hey. Marlo. Hey. Can you hear me? Cam, do you copy? Hello? Mm-mm. Something feels wrong about this. Mm-mm-mm. Mm-mm. Something feels wrong. Mm-mm. Ach. Muss ich so machen. Alles klar. Hey, hier gibt's ja noch was. Hier kann ich sicher noch weitergehen. Gibt's noch mehr? Und was ist wohl am anderen Ende? Ich werde es herausfinden, wenn ich nicht runterfalle. Ach du meine, Fresse, war das knapp. Ja, hab ich gleich aufgebessert. Sehr schön. Oh, hier wartet ja was Schöneres auf mich. Hallo? Au. Man muss sagen, mit dem Wurfstern zumindest, gehen die echt gut platt. Und ich hab keinen Mana mehr. Geil. Dann muss ich das wohl so erledigen. Aha. Das tut doch wie weg mit dir. Du verpiss dich. Auch mal. So, wo ist er hin? Der ist noch nicht tot. Oder doch? Vielleicht doch. Ja, ich hab wieder ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen. Und wir gehen wieder rüber über die Brücke. Und schwupp. Nochmal schwupp. Und das letzte Mal schwupp. Und wir sind da. Ah, da unten ist schon wieder ein Skorpion. Ah, die Erfahrungspunkte will ich auch haben. Danke. Oh, was ist denn das für einer? Mit nem fetten Hammer. Ich glaube mal, die machen sich gegenseitig platt. Sieht so aus. Hehe. Häuptling Hammerkopf. Ach, der hat den Skorpion mit einem Schlag platt gemacht. Okay. Uiuiuiui. Ah, das ist wieder so ein Blocker. Mag ich ja auch immer was. Au. Sehen kann ich das blocken? Ja, kann ich. Also gar kein so großes Problem. Ich glaube eigentlich, im Prinzip kann man alles blocken. Da habe ich das bis jetzt immer zu sehr vernachlässigt. Ah. Okay, das kann ich nicht blocken. Au. Au. Ah, da geht er in die Knie. Und ich hau weiter drauf. Das macht gut Damage. Tja, das ging wohl daneben. Häuptling Hammerkopf. Scheiße. So, jetzt. Ja, komm schon. Ja, kontrollier mir den mal. Auch schön. Na, komm schon. Einmal drauf gehauen. Ja. Ja, toll. Der macht das Skorpion mit Einschlag platt. Aber für die Teile braucht er, weiß Gott, wie lange. Ist ja voll für den Arsch. So, weg. Und. Auch weg. Ah, du bist noch da, hä? Na, wo bist du hin? Hehehehe. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Ja. So. Meins und meins. Kann ich die Statue kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Ah, sogar zwei Masken. So, wie viel brauchen wir jetzt eigentlich noch, oder? Ach, wir sind schon voll hier. Ich dachte, wir hätten beim Hammer noch eine Stufe übrig. Aber anscheinend dicht. So, das nehmen wir auch noch mit. Das auch. Nichts übersehen, Malu. Ist alles wichtig. Ja. Bitte ganz herausdrehen. Ich hoffe mal, dass das dann nicht so ein Teil ist, was dann langsam wieder nach unten geht. Nein, ist es nicht. Also, alles gut. Nur, dass ich zu dämlich bin zum Hochsprengen, das ist natürlich eine andere Sache. Äh, hopp, 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 hopp. Oh, weee. Äh. Es ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wo genau mal schlussendlich dann landet. Mit dem Flügel. Und da wird geballert. Und das Teil stürzt ein. Ach, du meine Güte. Das hätte ich jetzt fast nicht mitbekommen. Ja. Und weiter zum nächsten. Und weiter. Die Käfer leisten ja immerhin gute Arbeit mit der Ablenkung. Danke, dass ihr alles platt gemacht habt. Tja, ich glaube, da ist ja jemand auf die Schläcke gekommen. Kim? Kim! Ah, Mr. Briggs. So sorry, but Miss Karen is unavailable at the moment. Huh, but you have someone else here, who would like to speak with you? Maru, you have to get out of here. Get as far away as you can. Eva. Hang on, I'm coming. Excellent advice, Miss Torres. If Mr. Briggs insiste on further disturbances, I'm afraid I'll have to do something so drastick. Something drastick. Hört sich für mich irgendwie nicht nach einem Chinesen an oder was das sein soll. Japaner oder was auch immer. Wobei Long, Long. Long ist, glaube ich, eher chinesisch. Hoffe ich mal. So. Und aufmachen. Danke. Äh, wo sind wir jetzt? Ach, hier kann ich raus. Ja, ich bin dabei. Wie ich schon vorher gesagt habe, stress mich nicht. Ah, du meine Fresse. Da merke ich jetzt schon, dass das ein wahnsinniger Spaß wird. Hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Kommt was raus. Danke. Jetzt muss ich aber ein bisschen warten. Wir werden ansonsten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bleib ich hier, du hier. Danke. So, und rüber da. Au, das ist wieder so ein Besessener Das beste Mittel gegen die ist ja Wenn er denn mal will Kann ich die nicht nehmen Das ging ja vorhin glaube ich auch, oder? Täusche ich mich da jetzt? Naja, paar Wurfpfeile kannst du mal abbekommen Man gehst du mir auf die Nüsse Kommt doch einer Klappe Kommt doch einer Ach, wie viel hältst du schon wieder aus? Ja, jetzt kommen hier auch noch andere Ja klar Geh mal gleich mal das Schild weg Das braucht doch keiner Au Ach, mal einer down, Gott sei Dank Das ist doch nur ein Penner mit einem Schild Das ist doch auch mal Ach, jetzt hau nicht auf den falschen Malo So, Schild weg, danke Hier kommt mir nicht nach Eigentlich die voll gute Taktik Immer nur einmal zuschlagen Dann gleich wieder weg Na, vielleicht doch nicht so gut Ah, zumindest einer downloadet Jetzt hole ich mir mal ein paar HP Das sieht schlecht aus Ah, na, geht doch Denke schön Wir haben ja noch eine Notiz Aber vorher hole ich mir Mana Denn man weiß ja nicht, was noch so alles kommt Man weiß es einfach nicht In dieser furchtbaren Welt Marlo, nobody is safe here Long's workers found another slab with strange carvings So he flew us in to translate it The first few symbols translated to nine broken wings The old belief was that human spirits flew on three wings So I told Long it meant three souls The moment I finished talking, Long shot two of the workers and one of his bodyguards He smiled and said he could feel the temple blessing him And then he started to cut up the bodies Marlo, don't do any rescuing You need to get away from here before it's too late for both of us Okay Dann hau ich ab Wie du willst Ich bin schon weg Und die Kisten sind auch weg Oh, das ist ja Carrieras Ah, ich glaube die macht's nicht mehr So, Mana sind wir eigentlich voll HP Brauchten wir noch ein paar Aber das hätten wir ja da drüben Also einfach mal rübergeglitten Äh, danke Hey So, hoppala Mein Würmer Die machen ja auch nichts Außer an der Wand herum zum Chill Und mich am Weg zu hindern Ah, mit Caution hab ich's nicht so Na tschüss Die Unterwelt der Mayas Das hört sich ja schon mal viel versprechen dann So, da hinten war noch eine Maske Aber HP haben wir ja eigentlich voll Und da soll ich jetzt durch? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll das denn gehen? Oh, brrm, 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 brrm Ach, hier kann ich laufen Ich dachte schon, ich muss schwimmen Oh, geil, genau reingesprungen Wunderbärchen, ne Und ausgewichen Und ausgewichen Und hoch Ja, alles kein Problem Für Mega-Akrobaten Malu Die Unterwelt Hey, Käfer Ich sollte mich nicht allzu nah Glaub ich an die Flammenwerfer stellen Das wär, glaub ich, nicht gesund Ach Gott, du kommst da auch noch Wow, was war das für ne Attacke? Bam So, mal wieder mit dem Hammer drauf Das geht, glaub ich, ein bisschen schneller Boom Ja, kriegst du auch noch einen Wurffeil in die Fresse Ach, einen hab ich noch Ach, das war die falsche Taste Scheiße Ja, so geht's auch Danke Okay Das war ja jetzt gemein So, komm ich durch Ja, es geht Ach, und da steht wieder ein Priester Oh 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 So ein Vetter auch noch Zwei Priester Oh 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 Naja, bevor wir uns dem Priester widmen Ach nee Naja Ich glaub, es muss sein Es muss einfach sein Äh, la 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 This is only the beginning Hört sich ja schon mal gut an Glaub, ich mach jetzt einfach mal Ja, ich drück einfach mal auf die falsche Taste Genau das wollte ich machen Oh ja Scheiß Priester Halt die Fresse Au Was soll denn das werden, hä? Lass den Scheiß Ach ja Gleich zwei auf einmal Ja, komm her Und der lebt noch Der lebt noch Nur wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist der Pisser? Da hinten Versteckt sich im letzten Eck Wo ich nicht hinkomme Ja, toll Hier sind sogar zwei Ach Meine Fresse Wie viele sind denn das? Brauch mal ein bisschen Mana Danke Arschkekse Alter Ach, zumindest mal einer down Sag ich mal Oh Scheiße Genau um den Typen Der mir gerade voll auf die Fresse gegeben hat Ich sage mal Um den kümmern wir uns als letztes Na gut, übernehmen wir einen Wenn wir schon einen haben Wo ist der Fuck Priester jetzt hin? Da bist du Komm her Ich übernehme wir auch noch Oder auch nicht Egal Jetzt können wir zumindest mal Die kleinen Scheißviecher loswerden Wir freuen uns dann Ich brauche AP Schnell Danke Hui, war das knapp So Stirb doch einfach So, wieder einer weniger Sehr schön Die Kameraeinstellung ist gerade nicht optimal Möchte ich mal meinen Jetzt können wir mal um Dich scheißer Glückgäng kümmern Was war denn das jetzt für ein Wort? Au, au Ich glaube ich nehme den Hammer Oder ich glaube, ich lasse es wieder mit dem Hammer. So, hau. Ne, 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 ne. Ja, die Maske ist schon mal ab. Das finde ich gut. Das finde ich fein. Ich glaube, ich konnte mir mal wieder ein bisschen Mana genehmigen. Geht er schon down? Au. So, komm schon. Allzu viel kannst du ja nicht mehr aushalten jetzt. Und er versucht es trotzdem weiter. Er gibt einfach nicht auf. Aber jetzt hast du keine andere Wahl. So, kommt jetzt noch wer? Oder war es das? Ich glaube, das war es. Also, weg mit dir. Ho. Äh, Mana brauche ich eigentlich nicht. Ich will HP haben. Da hinten sind noch Erfahrungspunkte. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Na, dann kann es ja endlich mal weitergehen hier. Da. 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 Vielen Dank.